Das ist ein Soundcheck. Ich meine, wir haben uns noch mal zusammen. Wir haben uns dreimal gepunkt. Wir haben uns das reichen. Scheiße! Wir haben eine Ahnung bekommen. Wir haben ja gepunkt. Also, als der Anruf kam von Alex, der will Volksmusik machen, in einem Festival, da haben wir uns gedacht, man soll Datteln. Und dann habe ich ein Mikro, wo ist der Backport? Da haben die Ratteln in der Laufung. Komplett. Und ich bin wirklich Schlagswetter, das ist der Erfolg. Festival Datteln spricht im Bandimpa mit Schießmuskeln! Applaus hace arbeit und da . zum nächsten Mal! Falsche Akkorde, Kassel, das ist Paco. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020